Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships mit mir, Ben Hoshi. Ja, und heute wollen wir mal wieder die Wyoming nehmen. Äh, jetzt habe ich hier eigentlich schon vorbereitet gehabt, aber irgendwie noch nicht ganz richtig. So, so, wow, na egal. Ja, also dann wollen wir mal wieder starten und hoffen, dass was draus wird oder auch nicht. Mal gucken. Und die zwei Brüder sollen es mal wieder sein. Bin ich mal gespannt, wo es dahin geht. So. Mal gucken, ja, es leckt schon wieder. Ach, Mann, ey. So. Einige bewegen sich schon. Und wir bewegen uns mal dezent, sehr dezent. In die Richtung der anderen. Ah, hat er die Verbindung verloren. Ja, wie gesagt, kann ich auch ein Liedchen von singen. Oder der holt sich noch schneller zu trinken. Oder was auch immer. The enemy team has taken the lead. Na, seht ihr da, da ist auch ein Pferd. Hahaha. So. Ballert schon der erste. Was ist denn jetzt wieder MM? Nice MM. Ja, das sind doch. Wieder mal Kinder, die hier im Chat rumschreiben. Ja, also das ist doch wirklich. Kein Benehmen hier. Mal gucken, ja, ich wollte ihn etwa zu mir. Das sieht doch. Hey, die wollen da hin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Hm. Oh, oh, bösest Ding. Tja. Nicht schön, aber passiert halt. Gut, dass ich keinen Erdschutz verursachen kann. Sonst wäre der wahrscheinlich jetzt ein bisschen, äh, ja, verbeult. Na, wo will er denn hin hier? Ja, Eintreffer, Freude. Toll, jetzt wo ich schießen könnte, muss ich wieder auf die Nacken. Ah, ich liebe ja sowas. So. Ja, komm, 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 komm. Dann, komm, 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 komm. Mann. Was ausfällt? Den Brand gesteckt? Okay, also es hieß ja immer irgendwie kritischer Treffer, aber jetzt hat sich das irgendwie geändert. Na ja, gut. ein Auge behalten wo ist er? ist er auch schon weg? oh man kann doch bald gar nicht mehr sein kommt der denn auf einmal her hier? ich glaube ich sollte immer ganz schlecht verschwinden ja 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 genau na los treff mich äh jetzt kriegen wir das ergebnis gleich dann ist doch auch nicht schlecht das ist ja mal schnell wunderbar ja ne ok ne nicht wunderbar vernichtender Schlag ok ach ich hab eins zerstellt ok ja ähm ja gar nicht so richtig mitgekriegt gut aber ja ja 91.000 bekommen 681 äh erfahrungspunkte 35 freie plus ja vernichtenden Schlag deine Auszeichnung helden der Schlacht hahaha äh insgesamt 5 achso hab ich schon bekommen ja gut ja 19 Zieltreffer drei Ausfälle sprich die ja ehemaligen kritischen Treffer eins zerstört muss ich mir nochmal angucken äh ja zweimal in Brand gesteckt und einmal Basisverteidigung ja ist doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt können wir ja mal im Hafen gucken äh warum hatte ich eigentlich hier schon alles gekauft ja hab ich schon gut ja ich könnte mir die Langley könnte ich mir jetzt schon holen wow sieht das Ding gut ah jetzt sieht man auch mal was man hier noch aufrüsten kann wenn ich das so richtig sehe hm genauso wie bei der New York aber die kann ich mir leider noch lange nicht holen noch lange nicht da muss ich erst mal gucken naja da muss ich erst mal wegen der Kohle gucken jo was soll's na gut aber dann ist das auch schon für heute gewesen kurz aber knackig haha ja ich danke euch fürs zusehen einfach ein Däumchen nach oben da lassen schreibt mir in die Kommentare schaut euch auch meine anderen Let's Play rein an vielleicht gefällt euch da ja auch noch irgendwas dementsprechend natürlich auch immer ein Däumchen nach oben da lassen und ja wenn euch das gefällt was ihr da seht ja dann einfach ein Abo da lassen sprich äh meinen YouTube Kanal abonnieren da ja würde ich mich riesig drüber freuen gut dann sehen wir uns morgen oder auch in einem anderen Video wieder ich würde mich darüber zumindest freuen also sag ich mal tschüss bis morgen euer Ben Hoshi mit von 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 von